Und damit willkommen zurück zu Let's Play The Long Dark. Ja, wir haben endlich unsere Flinte gefunden. Yippie, yippie, yippie. Und wir sind gut ausgestattet. Wir sind nicht müde, es ist Viertel vor sieben. Der Safe war natürlich wieder leer. Den Can Open lassen wir da. Wir sollten übrigens mal echt die ganzen Klamotten und das ganze Zeusch, was wir hier haben, wirklich alles mal wieder ablagern bei uns im Hauptquartier. Und die Bandage nehme ich diesmal mit, falls... Okay, das haben wir nicht. Falls uns mal wieder jemand anfällt und wir haben wieder nichts dabei, den können wir dann auch... verwursten den Guten. Dosenöffner. So, Transfer, wir nehmen mal sechs mit. Das sollte genügen. Haben wir 25, 10. Dann schaue ich nochmal gerade, wie sieht es aus mit unserem Essen. Okay, wir haben noch wirklich genug. Wir sind super ausgestattet. Und... Das Wetter müsste eigentlich auch okay sein, oder? Oder? Hallo? Ja, das ist irgendwie ja ein Stückchen zu kalt, glaube ich. Und so minus 12... Ach, ist egal, komm. Ist egal, wir wollten ja eh da oben links lang. Wo wir nicht lang kommen. Ähm, Richtung... Ach. Richtung des merkwürdigen Sees, wo wir neulich waren. Minus 12 Grad, das ist nicht gut. Hier lag doch auch noch was rum. Jetzt... Natürlich nicht, doch. Äh, nein. Heute ausnahmsweise liegt hier nichts rum. Nur um uns zu ärgern, natürlich. Hä? Hallo? Kann ich hier nicht weiter? Jetzt... Jetzt kann ich weiter gehen. Denn ich bleibe niemals stehen. Lalalalala. Das war doch hier irgendwo die Richtung, ne? Oder sind wir... Sind wir da in die andere gegangen? Nein, wir sind hier lang gegangen. Bin mir fast sicher. Dass wir hier oben... Ja, komm Mädchen, ist gut. Dass wir hier oben lang sind. Darunter wohl... Eher nicht. Da gibt's nix für uns. Okay, so kalt ist es uns jetzt dann auch nicht. Das ist ganz gut. Doch, wir sind hier lang. 100 Pro. So, hier laufe ich jetzt ein Stückchen langsamer runter. Doch, doch, doch. Doch, doch, doch. Wir sind hier... Wir sind hier auf jeden Fall richtig. Wenn ich mich jetzt nicht... Gleich mal wieder verlaufe, irgendwie. Denn der Schnee macht die ganze Sache nicht einfacher. Ja, doch, hier war das Reh. Was wir letztes Mal auch gefunden hatten. Oh. Und das Reh hat den armen Mann hier umgebracht. Natürlich. Nee, damit zu taken war nicht. Das hat sich total gelohnt. Den Kadaver lassen wir mal da liegen. Wir sind eh schon schwer genug beladen. Und hier hinten war das doch dann irgendwo mit den Hütten, oder? Genau, da hinten hatte ich die Halluzination, dass da eine Hütte wäre, aber keine da war. Und ich glaube... Och, komm, wir laufen einfach mal da lang. Was wollte ich noch sagen? Ähm, wir haben dann auch übrigens noch ein C-Villen. Wir müssen... Wir müssen... Na gut, wir müssen gar nichts. Aber ich habe gelesen, dass es irgendwo random hier einen Bunker geben soll. Der irgendwo spawnt. Ich... Gucken wir dann mal genau an, wo diese Spawnpunkte ungefähr sein sollen. Und dann klappern wir den mal ab. Zumindest die Spawnpunkte. Und suchen den mal. Hier ist jetzt wieder der... Ach nee, hier ist der See. Ja, super. Hier ist kalt, ich weiß. Komm, du übertreib nicht. Und ich glaube, hier sollte auch ein Eingang sein, wenn er denn hier irgendwo wäre. Habe ich gelesen. Pork and Beans, immer gut. Ja, Pankellers haben wir ja genug. Frozen Corps. Ops. Cotton Long Anderer, das ist gut. Die Salty Crackers, die lassen wir liegen. Die lassen wir liegen. Die bringen uns nur noch mehr Durst. So, ich... Ach, was schnauft die denn so? Ist ja schlimm. Ich... Hocke mich mal kurz hier hin. Clothing, Clothing, Clothing. Cotton Long Anderer haben wir ja sogar schon. Na, toll. Toll. Das... Das lohnt sich. Shit. Ich dachte, wir hätten irgendwie Thin Anderer oder so einen Blödsinn. So, und hier sollte dann irgendwo angeblich so ein Bunkereingang sein. Hier irgendwo, aber... Ich glaube nicht, dass er bei uns hier irgendwo ist. Nee. No, hier ist kein Bunkereingang. Ah ja, wir haben wieder einen Tag überlebt. Nee, nee, hier ist trotz alledem kein Bunkereingang. Leider nein. Aber wir haben ja auch noch den... Den Damm, wo wir nach... Gucken können. Die Sonne geht auf. Es ist nicht mehr ganz so kalt. Nur noch... Angenehme 10... Äh, minus 10 Grad. Hallo? So. Ich höre Wolf. Ich höre Wolfs Geheul, meine ich. Ich höre Wolf, alter. Full the Wolf, alter, ey. So, und wo waren denn jetzt diese blöden Hütten nochmal? Die waren doch hier auch irgendwo. Ich glaube, wenn wir da oben links gehen oder so. Und unsere Knarre hat, glaube ich, nur 23 Prozent oder so. Das ist nicht ganz so toll. Das ist nicht wirklich von Vorteil. Ich esse hier mal gerade was. Oh, oh. Läuft bald ab, also rennen wir mit. Das müssen wir dann auch, weil so viel, so viel können wir ja gar nicht essen, wie wir dabei haben. Das müssen wir dann auch einlagern. Und ich hoffe schlicht und ergreifend, dass das dann nicht so schnell verdirbt, wenn wir das irgendwo reingepackt haben. So, genau. Und wenn wir jetzt nach links gehen, kamen wir, glaube ich, nochmal zu Hütten, oder? Dann kamen wir zu ein paar Hütten und zum See wieder? Ich weiß es gar nicht mehr. Oder zum Damm. Nee, nee, nee. Wir kamen, ach, wir kamen da hoch zu der... Ach, was ist denn los? Wir kamen da oben bei dem Ausguck raus. Das brauchen wir... Ja, es ist... Oh, oh. Langsam wird's cold. Wir bräuchten mal ein warmes Plätzchen. Und ich bin mir fast sicher, das war doch hier irgendwo. Irgendwo hier waren Hütten. Hier wieder nicht so schnell runter. Hallo. Na komm. Ansonsten verstauchen wir uns gleich wieder das Bein, aber irgendwie kann ich's... Ich kann's nicht lassen, hier schnell runter zu gehen. So, und jetzt sind wir nämlich auch schon wieder am... Ist das der... Komische Clear Cut Dingens? Oder ist das was ganz anderes? Hä? Äh... Das ist der Clear Cut? Aber in welche Richtung geht es dort? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ah, okay, da hinten ist das... Das Schild, glaub ich, oder? Da hinten ist ein Wolf. Ein Schild und der Clear Cut, okay. Den haben wir durchsucht, jawohl. Dann gehen wir nach vorne. Da müssten ja irgendwo die Hütten sein. Die uns dann mal wieder das Leben retten. Freezing, oh nein, wir erfrieren. Geh doch mal da hoch. Da hätten wir ein schönes Reh, was wir jagen können, aber wir haben eh schon genug. Ja, riech dich doch nicht so auf. Wir sind doch gleich da. Ne, wir haben ja eh genug Fleisch. Da, äh... Können wir jetzt mal widerstehen, das arme Tier zu töten. Obwohl das natürlich... Nein. Nein, nein, nein. Wir haben noch genug. Brauchen wir jetzt nicht. Da hinten ist wieder ein Wolf. Natürlich, was sonst? Und ich denke mal, wir werden die Knarre wohl eher am Wolf testen als am armen Reh. Schneid sitzt da hinten noch, sieht man das? Aber hier müsste es ja jetzt wieder wärmer werden, ne? Aber wir freezen immer noch. Wir freezen so langsam vor uns hin. Oh, haben wir noch gar nicht durchsucht. Mit einem Beef Jerky drin. Oder machen wir hier draußen schnell ein Feuerchen. Ich gehe mal hier... Und dieses Ding hier müsste es ja eigentlich wenigstens so ein bisschen wärmer sein. Joa, so ein kleines Stückchen. Zinderplug. Für Firewood. Äh, warte mal. Back brauchten wir. Für Firewood brauchen wir zum Reparieren. Gut, das heben wir auf. Das für Firewood heben wir auf. Das können wir nutzen. Ähm, bümm, bümm, bümm. Das brennt auch wieder gut. Brauchen wir keinen Dingens. Keinen Anzünder. Hoffe ich. Na komm. Ja. Ja. Und diesmal rennen wir nicht rein. Aber ich gucke mich so ein bisschen um. Ich höre den Wolf, aber ich sehe ihn nicht. So, das sollte ja genügen. Bücken wir uns hier vor das Feuer. Huuhu. 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 Und halten hier einfach mal die Stellung. Ähm, wir können nichts mehr beraten. Wir könnten nochmal ein Ründchen melden. Und das da drauf hauen. Das wäre von unschätzbarem Wert. Dann können wir es nämlich auch gleich beulen. Und dann haben wir noch genug Zeit. Um uns hier gemütlich aufzuwärmen. Vieles. Ach, wir sind ja schon aufgewärmt. Na super. Können wir eigentlich noch mehr Wasser machen, ne? Ein bisschen Hunger. Ein bisschen Durst. Ähm, warte mal. Ich gucke mal gerade, wie viele Kalorien haben wir. Gut. Da geht eins. Und ein Schlückchen Wasser. Und es wird neblig draußen. Okay. Da schaffen wir doch mit Sicherheit nochmal... ...einen Liter nicht mehr. Machen wir einen halben. Ich sehe da unten den Balken leider nicht. Joa, gut. Wir hätten auch... Wir hätten auch einen geschafft. Die Musik ist komisch. Schaffen wir das? Versuchen sie einfach mal. Ich denke doch, ne? Ja klar, schaffen wir. Den schaffen wir noch. Locker, flockig. Sehr schön. Gut. Dann, äh, ziehen wir weiter. Da ist ein Reh. Ein Reh und Wolfsgeheul. Und ich habe so das Gefühl, dass wir gleich irgendwo auf irgendwie einen kleinen Wolfie treffen könnten. Wollen wir gleich weiter zum Damm gehen? Liegt ja eigentlich auf dem Weg. Ich meine, wir können ja jetzt... Komm, ey, das... Das Fleisch, was wir hier haben, das hält noch. Gut, die beiden oberen zumindest. Das untere auch. Das ist unsere kleine Wegzehrung. Das andere wird ja nicht so schnell schlecht. Und wenn wir an unserer Hütte sind, können wir uns ja dann schlicht und ergreifend was Neues jagen. Deshalb gucken wir jetzt erst beim Damm. Und ich hoffe echt, dass da die Tools liegen. Weil wir haben jetzt echt alles. Wir haben so ziemlich alles, was man braucht. Außer die Simple Tools, um unser Gewehr hier zu reparieren. Und, äh, so fünf Schüsse wären wahrscheinlich auch nicht schlecht. Wenn wir die nochmal bekommen könnten. Ähm... Train Loading Area. Waren die Waggons rechts oder links? Ich bin mir nicht mehr sicher. Da ist noch ein Carcass. Alexander Carcass ist da. Das hatten wir noch gar nicht hier. Sehr schön. Hm, ja. Ach, die Salty-Quackers. Na komm, nehmen wir sie mit. Was soll's. Und ich gehe davon aus, wenn wir jetzt in den Damm gehen, wird da mit hundertprozentiger Sicherheit der Wolf auf uns lauern. Denn der spawnt da ja irgendwie random drinne. Manchmal ist er im Damm, manchmal ist er nicht da. Und bei unserem Glück, was wir so haben, könnte ich mir gut vorstellen, dass er dieses Mal da ist. Das Erste, was wir mal machen müssen, ist sowieso schlafen. Schlafen, schlafen, schlafen. Den ganzen Tag nur schlafen. Oh, wir sind ja schon da. Wir sind ja schon da. Da liegt noch eine Leiche. Auf jeden Fall können wir das usen. Naja, einmal hier ein bisschen was zu trinken. Wir haben noch... Okay, 27 Kilo. Das ist schon ordentlich. Und wir brauchen 298 Kilokalorien in der Stunde. Das ist natürlich nicht so gut. Und wehe dem, der Wolf ist da drin. Wehe dem, ey. Ja. Müde sind wir auch. So, ab hier müssen wir vorsichtig sein, denn es kann auch passieren, dass der hier vorlauert. Da haben wir wie immer den guten Leichnam. Das ist praktisch. Ich gucke mal gerade, wie viel Fleisch der in sich trägt. 1,5 Kilo. Das ist jetzt nicht so viel, aber... Sollte uns am Leben erhalten. Okay. Betreten wir den uralten Damm. Okay, als erstes kurz umgucken. Was... Wow. Das Schleichen bringt total viel so. Huch. Läuft als ob sie besoffen wäre. Hä? Okay, das... Geduckt bewegen mit Schleichen klappt... ...nicht so gut. Weil irgendwie... ...torkelt die Madame dann ganz schön durch die Gegend. Okay, ich gucke als erstes wirklich da unten. Oh Gott. Ist ja furchtbar. Wie gesagt, ich gucke erst mal hier unten, ob... ...alles sicher ist. Machen wir mal nach da hinten. Aber es scheint alles sicher zu sein. Okay. Das heißt, wir fangen oben an mit Looten. Hier haben wir natürlich wieder einen abgeschlossenen Locker bestimmt. Nein, haben wir nicht. Da haben wir noch eine Laterne. Ist der Safe da auch wieder? Mit Sicherheit, ne? Wahrscheinlich hilfreich. Ja, sehr. Ja. Der Safe ist da. Und natürlich haben wir hier wieder nichts drin. Um den Safe kümmern wir uns auf dem Rückweg. Was liegt da? Oh, ich habe eine Candy Bar übersehen. Und den First Aid Kasten hätte ich auch übersehen. Der ist aber leer. Gut, Bandage haben wir jetzt... ...wann jetzt ja genug. Mir ist das irgendwie nicht so ganz geheuer hier. Da ist das, was ich wollte. Und zuerst haben wir hier Basic Boots. Die brauchen wir nicht. Ich gucke als erstes mal die hier durch. Mein Gott, so viel zu trinken haben wir jetzt. Ja. Da liegt... Da ist ja noch eine Wasserflasche. Und close. Close. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt hier. Gut, das ist jetzt nicht so. Ähm... Hm. Ja, ja, komm. Ist gut, ist gut. Ach, das wird addiert hier zu unserem Wasser. Das ist... Klasse. Wir essen jetzt... ...das alte Beef Jerky da oben. Und wir trinken eine Summit Soda. Die ist auch schon ziemlich alt. Ich hoffe nicht, dass wir... Okay. Die Simple Tools. Ah, 70 konnte schon das. Das ist super. Jetzt sind wir natürlich bald wirklich richtig überladen. Ich horche auf unsere Umgebung. Ja, toll. Ein Brecheisen wäre cool. Wiegt natürlich auch wieder 10.000 Kilo. Also wäre es auch in dem Sinne wieder nicht so cool. Ist da denn nix drinne? Mal ein paar dickere Klamotten. Oder so. Auch nicht. Nö. Allesamt leer. Da ist noch eine olle Jeans. Eine olle Mütze. Das nützt uns jetzt alles nichts. Nochmal einen Anzünder. Den können wir gleich eigentlich mal verwenden. Joa, Flares haben wir ja genug. Ich bin vorsichtig. Na komm. Bring mir was Tolles. Ähm. Basic Woolhead. Und was war das da drüben? Man weiß nicht, was besser ist. Äh, was besser ist. Was haben wir denn? Wir haben... ...die Tock. Eins und eins. Den nehmen wir gerade mal mit. Ich will mal vergleichen. Ich glaube, ich kann das nutzen. Sewing Kit. Ein gutes Sewing Kit. Das können wir auch gebrauchen. Äh, Tock Waring 1 und... 0,6. Das ist jetzt irgendwie doof. Das brauchen wir nicht. Die können wir da unten noch verwerten. So, hier Vorsicht. Weil er könnte ja immer noch da hinten irgendwo rumspringen. Der böse Wolf. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, nicht, nicht. Was ist das hell hier drin? So, hier ist unser gutes Tonnenfeuer. Ne, im Ernst, was ist das hell hier drin? Cool. Okay, hier soll es nach... Äh, angeblich auch noch irgendwo ein Gewehr geben. Oder zumindest einen Platz, wo das Gewehr spawnt. Genau, hier. Wir haben jetzt nicht ernsthaft zwei Gewehre gefunden. Das ist ein Witz, oder? Hm. Puh, geil. Okay. Äh, geil, würde ich sagen. Weißt du, was wir machen? Können wir das Hunting Rifle... Hunting Rifle... Hunting Rifle, sage ich immer. Hunting Rifle... Können wir harvesten? Das machen wir auch. Äh. Ah, 10 Rounds Return to Inventory. Sehr gut. Okay, jetzt sind wir natürlich überladen wegen dem blöden Scrap Metal, was wir aufgesammelt haben. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Das ist echt blöd. Oder vielleicht... Nein, nee, es liegt nicht daran, dass wir müde sind. Den Can Opener. Kriegen wir auch Scrap Metal? Ja, aber... Cotton Long Underwear machen wir erstmal. Ja, Tiret. Wir sind saumüde. Basic Bullhead machen wir auch. Ähm... MMM. MMM. Können wir jetzt nicht eigentlich... Mal unseren Can Opener reparieren. Müssten wir ja eigentlich können. Machen wir jetzt auch mal. Ne, wir machen erst die Hatchet. Hatchet? Ja, komm, wir machen die Hatchet. Das Gewehr hat noch genug Prozent. Hat funktioniert. Den Can Opener können wir auch. Ja. Gut, hat auch funktioniert. Jetzt sind wir natürlich komplett total überladen. Haben saumäßig Hunger. Das essen wir mal schnell. Dann trinken wir schnell was. Am besten noch was. Und dann heißt es schnell ins Bettchen irgendwie. Haben immer noch Hunger. Weißt du was? Wir essen nochmal so einen alten Candy Bar hier. Ja, aber richtig cool, dass wir doch... ...noch ein zweites Gewehr gefunden haben. Sind wir noch stark überladen? Nein. Äh, wir müssten eigentlich nur schlafen, dann sind wir nicht mehr so sehr überladen. Jawohl. Was ich mich jetzt allerdings frage, ist... Wie ist das mit dem Gewehr? Wie, wie, wie nimmt das dann ab an Qualität? Mit jedem Schuss wahrscheinlich, denke ich. Ähm... Ja, damit bringt es ja jetzt auch nicht, um nichts zu uns ein Feuer zu machen. Wir hauen uns einfach... Weil hier ist es ja... Feels like 10 Grad. Ja. Äh, Tool, ne? War das nicht Tool? Haben wir das Ding jetzt nicht mitgenommen, oder was? Doch. So. Zack. Und hinein in die Bettroll. Äh, es ist natürlich erst... Ja. Das ist... Shit. Denn ich würde ja eigentlich gerne bis morgens irgendwie mal durchschlafen. Wir pennen jetzt bis um... Halb 10, würde ich sagen. Äh, halb 9. Drei Stunden. Das sollte erst mal genügen. Damit wir hier ordentlich die Hütte durchsuchen können. Aber... Das machen wir in der nächsten Folge. Würde ich behaupten. Also, bis dennne. Tschüss. 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 Vielen Dank.